Hallo ihr lieben Fahrradfahrer, wir haben ein neues Fahrrad. DaVinci Resolve 17 ist in der Bitter-Version erschienen und ich stelle euch heute die Top Features der Color Page vor. Es gibt eine Menge Neuerungen, ich konzentriere mich aber nur auf die Color Page heute, weil alles andere würde absoluten Rahmen sprengen und ihr wollt euch ja kein Stunden-Video angucken. Also Color Page, alle Neuerungen, Top Features kurz vorgestellt für euch. Auf geht's! DaVinci Resolve 17 bietet einige wirklich großartige neue Funktionen. Auf der Color Page zum Beispiel ein völlig neues Color Management und die brandneue HDR-Palette, Color Warper und das Magic Mask Tool. All diese Änderungen heben die Herangehensweise und die Art und Weise des Color Grading definitiv auf ein absolut neues Level. Insgesamt bietet DaVinci Resolve 17 mehr als 300 neue Features und Verbesserungen. Ich zeige euch heute hier die Top 7 Features der Color Page. Nummer 1 ist das absolut neue und stark verbesserte Resolve Color Management, kurz RCM. Wenn ihr hier in den Projektsettings, wie zuvor auch schon möglich, in den Color Managed Workflow schaltet, habt ihr nun sogenannte Color Management Presets, welche es stark vereinfachen, einen passenden Workflow, hier zum Beispiel STR-REC709, auszuwählen. Und wenn ihr keinen passenden findet, könnt ihr hier auch noch einen eigenen definieren. So wie bisher auch mit diesen altbekannten Möglichkeiten der Einstellungen hier. Sofern ihr euch für einen der Presets entscheidet, braucht ihr nur noch den Output Color Space auszuwählen und fertig. Ich werde dazu demnächst noch ein ausführliches Video machen. Das Geniale dabei ist, dass beim Importieren von Medien mit identischem oder kleinerem Farbempfang die Bilddaten für alle Voreinstellungen in den größeren Farbraum der Voreinstellung abgebildet werden, ohne diese explizit zu transformieren. Durch das Importieren von Medien mit einem größeren Gamut als dem Gamut der Voreinstellung werden die Bilddaten neu zugeordnet, damit sie in den kleineren Farbraum passen, wobei so viele Bilddetails wie möglich erhalten bleiben. Das ist nur möglich, weil Blackmagic jetzt einen eigenen und damit einen der größten Farbräume überhaupt definiert und implementiert hat. Ich habe euch bereits in meinem Video für die Scopes erzählt, dass Achi einen der größten Farbraumer hat. Nun, der neue interne Farbraum von DaVinci Resolve ist noch größer und auch größer als der Asus AP1 Farbraum. Außerdem hat Blackmagic den gesamten Workflow für das Color Management überarbeitet. Die Grafik hier zeigt euch zum besseren Verständnis die Pipeline des Workflows von den importierten Media Files bis zum Output. Das ist wirklich Wahnsinn. Darüber werde ich demnächst aber auch noch genauer berichten. Kommen wir nun zum nächsten neuen Feature. Worüber ich mich wirklich sehr freue, ist das neue Design und die neue Struktur der Primaries Tools. Statt wie bisher immer zwischen den Sub-Panels 1 und 2 hin und her zu switchen, um die Temp, Tint, Kontrast oder Mitton-Details bzw. noch die anderen Tools einzustellen, ist nun alles auf dem Color Wheels und Color Bars Panel vorhanden. Wie ihr seht, hier oben eine Zeile und der Rest hier unten. Und entsprechend Kontext bezogen, haben wir nun bei den Lock Wheels die Low und High Range hier oben mit drin. Gefällt mir sehr gut. Es gibt nun ein völlig neues Panel und zwar das HDR Panel mit sagenhaften Tools. Standardmäßig gibt es hier nun statt Lift, Gamma und Gain die Wheels Dark, Shadows und Light sowie das Offset Pendant Global, was aber genau wie bisher auf das gesamte Bild angewendet wird. Was neu ist, sind diese Slider hier neben dem Farbrad Global. Der linke dient der Temperaturkorrektur und der rechte entsprechend zum Ausgleich mit Magenta und Grün. Bei den restlichen HDR Wheels habt ihr nun die Möglichkeit jeweils die Exposure, die Sättigung und einen Fall-Off individuell einzustellen. Das sind aber nicht nur diese drei Wheels hier, sondern insgesamt sechs Wheels, also sechs Zonen, die ihr hier im Zonengrafen explizit noch anpassen könnt. Der rote Bereich hier zeigt euch den Fall-Off für jede Zone an. Die Zonen stellt ihr hier ein und ihr könnt die Richtung der Zonen noch hier einstellen, bzw. der Fall-Offs noch hier einstellen, indem ihr einfach hier auf die kleinen Pfeile der Zonen klickt. Um die Zonen-Wheels und die Graphen dazu gleichzeitig sehen zu können, könnt ihr dieses Panel entsprechend vergrößern, indem ihr hier klickt. Die Zonen könnt ihr hier einsehen und einstellen, indem ihr hier mit den kleinen Pfeilen durch die sechs Zonen Black, Dark, Shadow, Light, Highlight und Specular klickt. Das werde ich in einem gesonderten Video noch ausführlicher vorstellen und erklären. Grundsätzlich sind diese Zonen den fotografischen Stops von Ansel Adams nachempfunden, bzw. liegen diese dem Prinzip dieser Zonen hier zugrunde. Das hilft euch also, diese Zonen besser zu verstehen. Da die HDR-Palette den Farbraum berücksichtigt, werden die Temperatur- und Farbtonanpassungen in dieser Palette selbst mit derselben Art von XYZ-LMS-Farbraumtransformation vorgenommen, die auch vom Plugin Chromatic Adaption verwendet wird. Das ist also nun ein sehr viel besserer und präziser arbeitender Algorithmus als bisher. Die HDR-Palette wurde übrigens so konzipiert, dass sie mit dem Farbmanagement Hand in Hand arbeitet, aber ihr könnt sie auch im normalen YRGB-Modus, also im Nicht-Color-Management-Workflow, verwenden, solange ihr sie richtig eingerichtet habt. Das Optionsmenü der HDR-Palette enthält Untermenüs für Gamut und Gamma, wo festgelegt werden kann, wie man arbeiten möchte. Standardmäßig sind beide Untermenüs auf Timeline eingestellt, um den Farbraum wiederzugeben, in dem man in anzeigebezogenen Workflows arbeiten möchte. Und noch etwas sehr Wichtiges, es gab ja immer die Option, an einer Not den HDR-Mod zu aktivieren und selbst viele professionelle Coloristen wussten nicht genau, was dies bewirkt, da es schlecht dokumentiert war. Es hat also oft zu Missverständnissen und zu viel Kopfzerbrechen beigetragen. Ihr braucht euch nun darum nicht mehr kümmern. Ihr könnt also den HDR-Modus, den man zwar immer noch aktivieren kann an einer Not, komplett außen vor lassen, denn die HDR-Palette berücksichtigt nun den Farbraum. Es ist also nicht erforderlich, die HDR-Einstellung auf Notes zu aktivieren. Die HDR-Palette erledigt dies nun automatisch für euch. Als nächstes gibt es hier in den Secondaries nun ein völlig neues Tool, und zwar den Color Warper. Der Color Warper ist ein netzbasiertes Warping-Tool, das anstelle der räumlichen Position von Pixeln einen Farbeinsatz in einen anderen Farbsatz verzerrt oder bewegt, wenn ihr so wollt. Im Gegensatz zu den HSL-Kurven könnt ihr nun mit dem Color Warper zwei Farbparameter gleichzeitig in den auswählbaren Bereichen mit bestimmten Farbtönen anpassen. Diese Anpassungen, die mithilfe eines Rasters aus ziehbaren Kontrollpunkten vorgenommen werden, fallen automatisch gleichmäßig von den anderen Farben ab, welche an Ort und Stelle fixiert bleiben. Die Glätte dieses Abfalls hängt vom Abstand zwischen den zu justierenden Warp-Punkten und den anderen Warp-Punkten ab, welche an Ort und Stelle verriegelt sind, sodass Änderungen an den anderen, also den nicht verzerrten Farben, verhindert werden. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, das Tool zu verwenden. Zum einen kann man die Kontrollpunkte des Rasters ziehen, um Bildanpassungen vorzunehmen, oder man kann im Viewer auf eine Farbe gehen und dann intuitiv damit den nächstgelegenen Rasterpunkt auswählen, der diese Farbe beeinflusst. Dann einfach ziehen und die Anpassung wird an dem entsprechenden Kontrollpunkt vorgenommen. Aktuell stürzt DaVinci Resolve auf dem Mac noch ab und zu sporadisch ab, wenn man den Color Warper benutzt, aber nur, wenn ich zwischen den Hue Saturation und Chroma Luma Modus hier wechsle. Diesen Modus wechsle ich genau hier. Viel näher gehe ich da jetzt aber nicht drauf ein. Ich werde dazu noch ein explizites Video machen und die Arbeitsweise genauer klären. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass ihr auch das Farbmodell auswählen bzw. ändern könnt, welches angewendet werden soll. Das macht ihr hier unten. Standardmäßig ist HSP ausgewählt. Ich persönlich finde HSL noch einen Tick intuitiver und die Dichte der Knoten könnt ihr auch bei Bedarf noch erhöhen, wenn ihr wollt, indem ihr hier unten diese kleinen Menüs benutzt. Grundsätzlich ist dieses Tool bzw. diese Arbeitsweise nichts Neues. Es gibt bereits seit mehreren Jahren die Software 3D LUT Creator und dies gab es auch schon als Bug-In für DaVinci Resolve 16. Generell muss ich noch anmerken, dass dieses Tool sehr genau arbeitet und viel besser geeignet ist, Farben selektiv anzupassen als die Hue vs. Hue und Hue vs. Sat Kurven. Bei den Kurven erhaltet ihr schnell Artefakte. Mit dem Color Warper ist das Ändern von Secondary Colors nun viel präziser möglich. Toll! Ebenfalls neu ist die Magic Mask. Mit dieser kann man nun mit Hilfe einer darunter arbeitenden Neural Engine einfach einen kleinen Bereich auswählen, dann etwas warten und zack hat man eine ziemlich gute Maske um die Person, welche man ausgewählt hat. Bessere Ergebnisse erzielt man, wenn man die Qualität auf Better setzt und wenn man möchte, kann man nun noch entsprechende Features auswählen, wie zum Beispiel Face, Hair und sogar Head, also Hut, um die Maske nur auf ein bestimmtes Feature der Person anzuwenden, statt auf die ganze Person. Im Grunde ist das ein super Rotoscoping-Tool, welches man nun direkt in der Color-Page zur Verfügung hat. Ich finde die sehr hilfreich und natürlich werde ich auch dazu bestimmt noch ein detailliertes Video machen. Zu beachten ist allerdings, dass das Magic Mask Tool nicht für weiche und durchscheinende Maskenkanten geeignet ist, so wie man sie beispielsweise mit HSL, Luma oder 3D-Kieren erstellen kann. Es ist eher gedacht für die Erstellung formschlüssiger Masken, die menschliche Merkmale in Situationen isolieren, in denen ein typischer Kier schlecht abschneidet, beziehungsweise wo man nur sehr schwer und mit hohem zeitlichem Aufwand Masken manuell erstellen kann. Zum Beispiel kann Magic Mask exponierte Haut in Aufnahmen isolieren, in denen diese Person vor einem Hintergrund mit Holz oder Stein zum Beispiel steht, die also ähnliche oder dieselben Farbbereiche wie diese Person aufweisen. Auch kann es Beige-Kleidung von einem Beigen Hintergrund gut isolieren und natürlich kann man das Tool auch zum Erstellen einer Garbage Mask verwenden, denn man kann die Auswahl natürlich auch importieren, also umkehren. Also grundsätzlich hat also auch dieses Tool seine Grenzen und es ist sowieso grundsätzlich immer wichtig zu wissen, für was ein Tool gedacht ist. Nur dann kann man es auch richtig verwenden. Okay, dann gibt es noch als neues Tool die SAT vs. Luma-Kurve und dies ist im Grunde die Umkehrung der Luma vs. SAT-Kurve. Mit diesem Tool kann man nun die Luminanz von Pixeln, welche in einem bestimmten Sättigungsbereich fallen, schnell anpassen. Dies ist nützlich für Fälle, in denen Bereiche des Bildes, die man heller oder dunkler machen möchte, mit einem identifizierbaren, konsistenten Sättigungsbereich zusammenfallen. Ist also ziemlich selbsterklärend. Auch bei den Scopes gibt es ein paar Änderungen und Verbesserungen. So kann man jetzt statt wie bisher nur 4 Scopes sich bis zu 9 Scopes gleichzeitig anzeigen lassen. Das geht aber nur, wenn man die Scopes entsprechend vergrößert. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn man den Vektorscope zum Beispiel jeweils immer gleichzeitig für die Tiefen, Mitten und Höhen anzeigen lassen möchte. Zum Beispiel so hier. So, ansonsten gibt es noch eine Menge mehr an kleineren Neuerungen. Zum Beispiel kann man nun in den Systemeinstellungen unter System im Bereich General eine Liste mit mehreren Dateipfaden zum Laden von LUTs hinzufügen. Nicht wie bisher immer nur ein Pfad. Hier kann man auch Netzwerkordner angeben, sodass dann mehrere Coloristen oder auch die UPs oder Editoren schnell und einfach zum Beispiel auf Show LUTs zugreifen können. Außerdem kann man nun auch 17.3D LUTs nutzen und auch Video Range LUTs werden unterstützt. Weiterhin hat sich das Zeichnen von Power Curve Windows verbessert. Man kann jetzt solche Kurven flüssiger und schneller erstellen. Und als weitere wesentliche Neuerung wäre noch die Möglichkeit zu nennen, im Splitscreen nun mit multiplen Playheads zu arbeiten. Das ist für das Shot Matching von großem Vorteil. Und was auch noch hinzugekommen ist, sind ein paar neue Wipe Modes, die man hier oben im Viewer auswählen kann, wenn man die Wipe View aktiviert hat. Zum Beispiel Venezian Blind oder Checkerboard. Als letztes noch ein wichtiger Hinweis. Durch das Hinzufügen des HDR-Panels und des Color Warpers gibt es jetzt ein aktualisiertes Diagramm für die Reihenfolge aller Bildverarbeitungsvorgänge in DaVinci Resolve von der Eingabe bis zur Ausgabe. Eine wirklich detaillierte Aufschlüsselung aller Vorgänge erfordert jetzt also zwei Diagramme. Das erste Diagramm zeigt die Gesamtreihenfolge der Operationen, die auf jeder Page ausgeführt werden können, während das zweite Diagramm die spezifische Reihenfolge der Operationen vergrößert, die in jedem Knoten der Pre-Clip, Clip, Post-Clip und Timeline-Klassen ausgeführt werden. Das sollte man zumindest wissen und gegebenenfalls sich auch mal etwas genauer anschauen. So, im Großen und Ganzen sind wir mit den größten und wichtigsten Änderungen und Neuerungen in der Color Page auch schon durch. Ich hoffe, ihr habt jetzt erst einmal einen groben Überblick über die wichtigsten neuen Features. Und übrigens, auf dem Mac läuft das alles noch nicht völlig stabil. Ich hatte heute schon fünf Abstürze, meistens beim Nutzen des Color Warpers. Macht euch also unbedingt ein Backup eurer Datenbank, bevor ihr die neue Version installiert. Wie es unter Windows aussieht, weiß ich nicht genau. Vielleicht kann da Johannes von meinem Videostudio etwas weiterhelfen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, ich freue mich über jedes Abo und natürlich auch über ein Like. Und wie gesagt, ich werde noch Stück für Stück ausführlichere Videos zu den neuen Tools machen. Welches Tool oder welche Neuerungen gefällt euch denn am besten? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren und natürlich auch freuen. Ansonsten bleibt schön bunt und natürlich gesund und macht's gut! Danke gut. Danke fürs fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Und dasna gonna gut. Hallstein ist ein Punkt. Vielen Dank. Vielen Dank.